Guten Morgen Brenners Dias und herzlich willkommen zu Tag 178 unserer Weltreise In diesem Zimmer haben wir gestern unseren Zero Day sehr gut verbracht und zwei Nächte sehr gut geschlafen. Ein wenig Müll produziert. So, wir haben schon alles wieder zusammengepackt und aufgeräumt. Es ist jetzt kurz vor zehn und dann geht's los. Noch eben ein Baguettchen holen, frühstücken und dann haben wir heute tatsächlich eine Etappe von knapp 13 Kilometer vor uns. Ja, ihr habt richtig gehört, 13. Ich finde, so nach dem Zero Day fangen wir ganz gut an. Aber auch auf die 13 Kilometer nehmen wir euch natürlich mit. Jahre ziehen vorbei, Kindheit geht vorbei, Freunde werden alt, zwei Promille, Abiball, Longdrinks gehen leer, Kopf wird voller, alte Liebe wird schwer. Yeah, yeah. Und man weiß immer erst beim Abschied, was es sein bedeutet und wie schön es eigentlich war. Und nix ist immer, für immer, für immer. Also tanz, als wär's der letzte Tanz, als wär's der letzte Tanz. Also tanz, als wär's der letzte, der letzte, der letzte Tanz. Die Reiseleitung und ich sind hier an einem wirklich sehr schönen, besonderen Ort und ich führe jetzt mal ein kleines Interview mit der Reiseleitung und frage sie doch einfach mal, wo wir denn hier so sind. Also wir sind hier knapp 670 Meter hoch auf einen der höchsten Berge des Del Norte. Es ist aber definitiv heute der höchste Anstieg am Stück, den wir auf dem Del Norte zurücklegen. Es kommen noch zwei Berge, die ein bisschen höher sind, aber da starten wir auch schon von einem höheren Niveau und deswegen ist der Anstieg am Stück nicht so groß wie heute. Aber ich find's super geil. Weil der Ort so schön ist, bekommt jetzt von mir nochmal einen schönen Schwenk. Von da unten kommen wir irgendwo. Da ist der tolle Weg. Du und ich wie im Traum, ich dass es wenig bleibt. Erst dann der Kater, alles hat seine Zeit, Ferienende Koffer packen, dabei hinten ohne all. Und nichts ist für immer alles Einwegmomente, du weißt nie, was morgen kommt. Nichts ist immer, für immer, für immer. Wir sind schon in der Pilgerherberg angekommen und haben hier die zwei Betten bezogen und uns auch hier ein bisschen bereit gemacht. Ja, ein paar Leute sind schon da. Es gibt 24 Schlafplätze. Irgendwo da vorne kann man gleich noch Wäsche waschen. Um das Eck gibt es einen kleinen Supermarkt. Ja, da können wir alles holen, was wir brauchen und unten gibt es eine Küche, die wir nutzen können. Zwar ohne Besteck und so, aber wir haben ja unser eigenes Besteck dabei. Würde ich sagen, schnelle Etappe, Ruheetappe. Wir haben es geschafft und ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Tag 179 unserer Weltreise. Das war die Herberge, wo wir heute übernachtet haben. Da ist der Wern schon und wir sind tatsächlich um kurz nach halb neun schon auf dem Weg. Das ist Herbergenstil bei uns. Für uns ist das früh, für alle anderen ist es spät. Ja, das gehört halt auch dazu, aber wir haben noch in Ruhe gefrühstückt und Kaffee getrunken und wir waren hier in dem kleinen Lädchen, das um 8 Uhr aufmacht, auch eben einkaufen, weil wir gehofft haben, frisches Brot zu bekommen. Aber ja, Brot gibt es erst ab 10, zumindest frisches. Dann haben wir zwei ältere Baguettes mitgenommen. Und ja, heute Abend dort, wo wir ankommen, kommen wir so ein bisschen anderthalb Kilometer vor der nächsten Stadt an. Das heißt, da ist auch wieder nichts und es ist wohl angegeben, dass es eine kleine Bar gibt und ein Restaurant. Aber wenn die zu hat, dann kriegt man nichts zu essen. Da muss man in die Stadt rein. Und deswegen haben wir uns jetzt mit ein bisschen Proviant schon eingedeckt, so dass wir zumindest heute Abend in Ruhe essen können und ein bisschen schlickern können. Wir schlickern ja abends jetzt immer ganz gerne. Und ja, dann schauen wir mal, was der Weg heute für uns bereithält. Ein bisschen diesig ist es heute und frisch. Aber es geht gleich bergauf, dann wird einem schon wohl warm. Heute läuft es eigentlich ganz gut. Wir haben gerade unsere erste Kaffeepause nach gut neun Kilometern gemacht und tada, etwa die Hälfte für heute. Ja, zack, zack, zack. Heute ein wenig rauf und runter. Dadurch ging es dann ganz gut bis jetzt. Aber laut Reiseführer soll es auch so bleiben. Also vermute ich, dass auch die restliche Strecke relativ gut geht. Ja, wir haben gerade gesagt, es sind noch 130 Kilometer bis nach Santiago. Das heißt, es sind noch gut 220 bis nach Finisterre. Das hört sich auch schon gar nicht so schlecht an, muss ich sagen. Ja, morgen werden wir dann in ein Städtchen ankommen. Von da an gelten dann auch die letzten 100 Kilometer für die Copostela. Und wie wir das jetzt gehört haben, brauchen wir gar nicht zweimal am Tag einen Stempel sammeln, sondern nur die Leute, die wirklich nur die 100 Kilometer laufen, die müssen das machen. Und wenn man mehr läuft, dann wird es auch nicht angezweifelt irgendwie. Ja, mal schauen, ob wir uns trotzdem zweimal am Tag einen Stempel holen, damit das Stempelbüßchen voll ist. Aber wir gucken mal. Aber da braucht man da nicht so akribisch nachsuchen, wenn es mal an einem Tag nur einer wird, weil wir einen anderen verpasst haben oder so. Mal gucken. Mal gucken. Ich schaue mal, ob ich euch ein Stück mitnehmen kann. Wir gehen mal einfach ein Stück durch die Herberge, damit ihr auch einen kleinen Einbruch bekommt. Da ist der Nebenraum. Jetzt gehen wir mal runter. Da unten gibt es wieder einen Aufenthaltsbereich. Da für die Schuhe zum Abstellen eine Möglichkeit. So sieht das Ganze dann von oben aus. Hier so cool oben geschnitten. Da kann ich aus dem Fenster schauen, gucken, ob neue Pilger ankommen. Ich wollte euch eigentlich die sanitären Räumlichkeiten zeigen, aber da sind gerade welche drin, höre ich. Dann ist das natürlich schwierig. Es gibt vier Duschen, zwei feste Toiletten, Seife und Papierhandtiefer. Das ist sehr gut. Die ganze Herberge sieht im Großen und Ganzen wieder sehr gut aus. Da können wir uns nicht beschweren. Wunderbar. Da ist meine Reiseleitung und in die Richtung müssen wir jetzt auch. Heute stehen 20 Kilometer auf der Uhr zu waufen. Morgen 25 und dann 15. Gott sei Dank. Wieder ein bisschen weniger. Danach 20, soweit ich wieder weiß. Und dann müssten wir an einem Zeltplatz ankommen und da gibt es dann wieder ein Zero Day. Also habe ich euch schon mal ein bisschen die Zukunft gespoilert. Aber ohne Gewehr? Alles ohne Gewehr. Man weiß ja nie, was kommt. Das ist natürlich klar. Ja, und wir müssen abends ja immer die nächste Strecke für den nächsten Tag machen. Dann kann das schon mal sein, dass sich das ein bisschen verändert. Okay, es kann sein, dass sich die Streckenführung noch verändert. Aber mir wurde gesagt, dass wir so laufen. Aber kann sich halt verändern. Alles klar. Ja, wir haben prinzipiell ganz okay geschlafen, würde ich sagen, in der Herberge. Wir haben mal was anderes als Schnarcher gehabt. Ist auch sehr nervig. Ein Husthorn. Also da war eine Frau dabei, die hat in einer Tour durchgehustet. Das war der Hammer. Ich habe keinen Schnarchen hören so richtig, aber die war die ganze Zeit am Husten. Tja, irgendwas ist ja immer. Und wir haben jetzt zwei Nächte in so Herbergen gebucht, die von der gleichen Gesellschaft sind. Ja, die sind jetzt die ganze Zeit gekocht. Ah, okay. Das ist eine Gesellschaft, die bis nach Santiago geht, sagt die Reiseleitung gerade im Hintergrund. Und gestern hatten wir etwas härtere Betten und heute hatten wir etwas weichere Betten. Und ich war ja eigentlich immer Typ weiches Bett. Muss jetzt aber sagen, dass mir das härtere Bett hier auf dem Camino etwas besser gefällt. Und halt, diese ganzen, die Weichen, die sind super weich. Das ist ja so Schaumstoff. Und du hast, du legst dich da rein und nach ein paar Minuten sinkst du dann so ein und dann hast du so eine richtige Kuhle. Und ich drehe mich schon mal so ein bisschen von links nach rechts und so. Und das ist in so einer Kuhle nicht so einfach, muss ich zugeben. Aber Steffi war auch nicht so begeistert von der Matratze, glaube ich. Nee, auf gar keinen Fall. Also auch ich saß mit dem Arsch fest, wenn man so will. Ja, aber ansonsten war es ganz okay. Es war eine relativ saubere Herberge. Es war alles gegeben. Wir können uns nicht groß beschweren. Mit mehreren in einem Raum schlafen ist ja einfach sowieso nicht so 100% einfach. Aber wir machen das Beste draus. Ein, zweimal machen wir noch Herberge bis nach Santiago und auch wahrscheinlich nach Finestere. Wir schauen mal, was der Tag jetzt noch für uns bereit hält und nehmen euch natürlich mit. Wir sind in der ersten Stadt angelangt. Und das haben wir schon mal öfters auf dem Weg gehabt, aber dies ist jetzt auch schon wohl extrem. Das hier leer stehende Häuser gibt. Und zwar ist da echt so eine richtige Hausreihe. Die sind alle leer. Man kann das sehen, dass die total bewuchert sind. Und dass da niemand drin wohnt. Das ist schon manchmal verrückt auf dem Weg hier. Also wenn ich bei uns zu Hause gucke, da gibt es nichts, was leer steht. Also da ist der Wohnungsmarkt noch hart und kämpft, muss ich zugeben. Und da gibt es sowas nicht. Aber in Ostdeutschland gibt es das ja auch schon mal. Also dass sowas leer steht und so. Aber für uns halt ungewohnt und auf dem Weg wirklich auch Firmen ganz oft, die schon so leer stehen und so. Das ist schon viel, ne? Was sagst du dazu? Ja, ich glaube auch, dass das was damit zu tun hat, dass die jungen Leute in die großen Städte ziehen und dort arbeiten und wohnen und hier jetzt teilweise nur noch die älteren Herrschaften sind. Und wenn die versterben, dann steht irgendwann sowas leer. Ja, auf jeden Fall total verrückt finde ich das. Weil die Häuser ja, die da jetzt zumindest stehen, auch glaube ich nicht so ein altes Baujahr sind. Also weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Aber ja, auf jeden Fall crazy. Also man hat auch öfters mal leer stehende Häuser am Wegesrand und so. Aber man hat auch viele schöne Dörfer, wo nicht so viel leer steht oder so verfallen ist. Aber hier gibt es das schon mal auch öfters, ne? Also kommt immer so ein bisschen drauf an. Ja, dann habe ich euch das auch mal gezeigt. Das ist auch wieder so ein zerfallenes Haus. Wir frönen mal wieder unsere Leidenschaft für Friedhöfe. Es ist sehr interessant hier. Die haben da so coole, ja, Verzierungen obendrauf. Und dann hat man so, ja, so eine Wand. Wir haben gerade schon gesagt, das sind nicht unbedingt nur Urnengräber. Also da kann man tatsächlich da wahrscheinlich auch einen ganzen Sarg reinschieben. Also ich weiß nicht, wie dick die Wand ist. Ich auch nicht, und wie luftdicht und solche Geschichten. Ja, weil wenn man jetzt hier guckt, also rein theoretisch, da ist der Eingang. Und das ist ja auch alles zugemauert. Also da passt schon auf jeden Fall ein Sarg rein. Würde ich jetzt mal behaupten. Und es gibt nur Sterbedaten. Ganz oft, ja. Dass die gar keine Geburtsdaten draufschreiben. Aber was sie manchmal draufschreiben, ist wie alt sie geworden sind. A lost 73 Anjus. Also ist so und so viele Jahre alt geworden. Nicht immer, aber ab und zu. Ja, ja, genau. Aber schon sehr oft. Zumindest hier jetzt. Ah, okay. Ah ja, 84. Ja. Da muss keiner rechnen. Die sind rechenfaul. Die schreiben sie einfach dran. Da gestorben. Jetzt kannst du zurückrechnen, wann die geboren sind. Ja, ja. Ist ja noch viel schwerer unter Umständen. Ja, ja, aber du weißt halt trotzdem nicht den Tag genau. Weil da steht ja nicht, dass du so und so viele Jahre, so und so viele Tage alt geworden bist. Sondern einfach nur deine Jahreszeit. Ach so, ja. Dann weißt du den Geburtstag nicht. Ja, klar. Nur der Sterbetag und dann kannst du die Jahre zurückrechnen. Ja, genau. Aber du weißt halt nicht, wann der... Also schwerer ist es jetzt auch nicht. Aber, ja, ja. Anders. Anders halt, genau. Andere Länder, andere Sitten. Deshalb, also wie gesagt, wir haben da echt so ein bisschen Spaß dran, auch mal die Friedhöfe anzugucken. Ich finde es auch total witzig, was in Spanien sehr häufig ist, tatsächlich Kunstblumen. Das wirst du auf dem deutschen Friedhof nicht sehen. Dass die da künstliche Blumen, Kunstblumen hinpacken, das machen die Deutschen nicht. Das müssen echte Blumen sein. Das ist hier auch wegen Wassermangel, habe ich mal gehört. Ja, das kann auch sein. Aber in Deutschland machen die das einfach nicht. Nee, nee. Das gibt es nicht. Ja, das kann auch sein. Das ist unsere Schlafecke für heute. Wir sind nämlich schon am Etappenziel angekommen und haben uns tatsächlich doch für ein Bettchen hier entschlossen, anstatt mit dem Zelt draußen, weil der Garten ist recht uneben. So, schief, genau. Nicht uneben. Starkes Gefälle. Starkes Gefälle, genau. So, da vorne sind die, hier sind Duschräumlichkeiten und Toiletten. Dann geht es hier runter. Also oben waren 40 Betten. Dann ist hier so ein kleiner Aufenthaltsbereich. Das ist draußen der Garten. Da kann man auch Wäsche waschen. Da hinten ist eine Küche. Wieder genau wie gestern ausgestattet mit Herd, aber ohne Utensilien. Ich glaube, du hast recht, da ist mal einer drin. Ja. Genau. Und da ist ein Zweimannzimmer, hier ist ein Viermannzimmer und hier ist ein Extrazimmer für Schwerbehinderte und Rollstuhl. Und noch einmal Toiletten. So, und dann geht es raus, weil, wo gehen wir jetzt hin? Essen kaufen. Wichtigster Teil des ganzen Tages. Ich habe immer Hunger. Ja, beim Laufen entwickelt man auf jeden Fall Hunger. Ja, jetzt gehen wir noch eine Runde einkaufen. Heute müssen wir sogar mehr einkaufen. Morgen gibt es kleine Einkaufmöglichkeiten. Abendbrot, Frühstück, kleiner Snack und nochmal Abendbrot oder so müssen wir einkaufen. Das wird ordentlich zu schleppen sein. Und dann sind es auch noch 25 Kilometer morgen. Ei, ei, ei. Naja, werden wir es schon schaffen. Ich bin ganz sicher. Schauen wir mal, was der Einkaufsladen so für uns hat. Guten Morgen, Brenners Diaz. Und herzlich willkommen zu Tag 181 unserer Weltreise. Wir haben, wie spät haben wir es? Kurz vor 8. Kurz vor 8. Und sind tatsächlich abflugbereit. Ja, heute stehen 25 Kilometer an. Deswegen sind wir heute ein bisschen früher, beziehungsweise hat gut gepasst vom Aufstehen her. Und dann sind wir mal gespannt, was der Weg heute so für uns bereithält. Auf geht's. Hier haben wir den Marker 100 Kilometer und 201 Meter noch bis nach Santiago. Und wir filmen das jetzt schon, weil eigentlich wollten wir das nur bei dem Hunderter machen. Aber da uns gerade jemand gesagt hat, dass der nächste Schritt irgendwas mit 99 ist und dass der Hunderter übersprungen wird, haben wir gedacht, wir nehmen ihn jetzt schon mal mit. Und dann gucken wir gleich mal, was der nächste Marker uns erzählt. Da kommt der nächste Meilenmarker, beziehungsweise wir hoffen, dass es der Hunderter ist. Und? Da gibt's ja wohl nicht 99,994. Die haben keine 100 gemacht. Wo gibt's denn so was? Ich hab mich die ganze Zeit auf den 100-Meilenmarker gefreut. Die letzten 100 Kilometer brechen an. Und dann machen die keinen 100-Marker, sondern einen 99,94. Die Welt ist einfach unperfekt. Was soll das? So, was fehlt uns denn da? Sechs Meter fehlen uns da. Große Schritte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach, guck mal. Da hat auch jemand 100 Kilometer hingeschrieben. Da hat jemand 100 Kilometer hingeschrieben. Die Verrückten. Ja. Nicht ganz offiziell, aber ist da der 100 Kilometer Marker. Genau so sieht's aus. Herzlich willkommen in unserem ersten Pausenraum, sozusagen, Pausenbereich. Da ist der Bernd, der schon wieder Kekse isst. Die sind sehr lecker. Ja, wir sind schon 11 Kilometer gelaufen. Die Strecke ist eigentlich ganz schön. Werdet ihr gleich bestimmt auch noch sehen. Ja, und wir haben eine Mitpilgerin getroffen. Mit der haben wir ganz viel gequasselt. Und da sind die Kilometer nur so geschrumpft. Muss man ganz ehrlich sagen. Die ist aber jetzt noch ein Stückchen weiter gelaufen. Die möchte gerne ins Café. Und wir machen hier auf günstige Art und Weise Pause. Wir haben unsere eigenen Kekse. Und alles, was du schleppen musst, musst du auch irgendwann mal essen. Deswegen gibt's das jetzt für uns. Also tanzt, als wär's der letzte Tanz. Als wär's der letzte Tanz. Uh, uh, uh. Also kuss, als wär's der letzte Kuss. Als wär's der letzte Kuss. Uh, uh, uh. Nix ist für immer. Nix ist für immer. Einfach alles ist nur einmal. Wir sind an unserer Unterkunft heute angekommen. An der Herberge. Nach 25,8 Kilometer. Es gibt mal wieder eine Küche. Mit Kühlschrank, Herd und drum und dran. Wir haben extra Lebensmittel mitgenommen, weil man vor Ort nichts kaufen kann. Und es ist ein Terranfeld. Man kann unseren Topf da nutzen. Nicht so wie gestern. Ja, hier gibt's einmal für Frauen Duschen. Zwei und zwei Toiletten. Das gleiche bei den Männern. Ja, dann dieser cooler Gang, der hier lang geht. Links und rechts ein Raum. Und wir sind rechts. So, hier geht's rein. Es gibt heute harte Matratzen. Meistens gibt es entweder weiche oder harte. Ich mag die harten etwas lieber. Da unten schlafe ich. Da unten die Reiseleitung. Weil bei den weichen sinkt man ein, hat eine coole und man kommt nie wieder raus und kann sich nicht drehen. Ist es so? Stimmt. Gut. Ja, wir machen uns jetzt nochmal einen schönen Abend, würde ich sagen. Guten Morgen, Brandes Diaz und herzlich willkommen zu Tag 182 unserer Weltreise. Hier haben wir gestern Abend genächtigt, haben beide eine gute Nacht gehabt. Eigentlich war hier eine sehr schöne Aussicht. Im Moment ist es ein bisschen neblig und diesig. Wir haben halb neun und es geht wieder auf den Weg. Heute sind es nur 15 Kilometer, aber wir erreichen heute den höchsten Punkt des Del Nortes. Gut, du sagst, da geht's lang? Dann folgen wir dir mal einfach. Tschüss. 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 Nummer 2. Steffi genießt den Keks zum Café Con Leche Grande in Groß. Hier an der Straße, doch die ist überhaupt nicht stark befahren, also tut das kein Abbruch, würde ich mal sagen. Ja, wir genießen die Pause jetzt mal einfach hier. Lassen es uns gut gehen, das gehört auch zum Weg. Jede Pause. Ach, guck mal, dann haben wir 10 schon gelaufen? Ja, guck mal, dann haben wir heute schon 10 Kilometer gelaufen, dann haben wir uns einen Kaffee, denke ich, auch mal verdient. Noch 5 bis zur Herberge, dann können wir es ganz entspannt angehen lassen, so wie das sein soll. Da hinten ist der Meilenmarker, da geht's weiter. Gut, wir genießen die Pause noch und ihr hört von uns. Nichts ist für immer, alles Einwegmomente, du weißt nie, was morgen kommt. Nichts ist immer, für immer, für immer. Also tanz, als wär's der letzte Tanz, als wär's der letzte Tanz. Also kuss, als wär's der letzte Kuss, als wär's der letzte Kuss. Dort seht ihr das Kloster, wo wir heute eigentlich übernachten wollten, aber wir haben uns kurzerhand umentschieden und wir laufen noch mal 10 Kilometer weiter. Und noch ein bisschen näher an Santiago ran. Das Wetter ist gut, die Füße tun nicht weh. 15 Kilometer haben wir ja schon geschafft. Jetzt machen wir noch mal 10 weitere und können so unsere Reisebegleitung noch ein wenig länger begleiten. Wir sind natürlich noch unterwegs, weil heute laufen wir jetzt anstatt 15 25 Kilometer. Und die Wiesen werden immer brauner, also wir kommen ja auch immer mehr ins Inland. Die These hatten die Reiseleitung und ich ja schon aufgestellt, ob es dann wohl brauner werden könnte und ich würde sagen, es bewahrheitet sich. Also das ist doch so ein Spanienbild, was ich im Kopf habe. Viel Sonne, teilweise wirklich diese braunen Wiesen durch die Trockenheit. Ja, so ein bisschen habe ich doch das Gefühl, dass das mehr wird. Aber der Weg ist wunderschön. Es ist gut warm und ich denke, wir drei freuen uns alle auf heute Abend auf unsere Dusche. Und dann wird wieder lecker zusammen gekocht und was gegessen. Und ich habe mir sogar ein Literchen Wein eingesteckt für später. Da freue ich mich auch schon drauf. Also die Belohnung heute wartet noch. Ihr bekommt die tägliche Roomtour jetzt mal von mir. Ich bin heute Hahn im Korb und schlafe da. Da schläft die Reiseleitung. Unsere Mitwandererin und da schlafen auch noch zwei Mädels. Die waren auch schon in der letzten und ich glaube vorletzten Unterkunft mit uns. Haben aber jeweils, glaube ich, in einem anderen Raum geschlafen. Also vier Damen und ich heute Abend. Ich glaube, da komme ich mit klar. Ja, ich habe das ganze Männerbad für mich alleine. Ich hatte drei Duschen zur Auswahl. Das ist sehr vorrangig gewesen. Ich habe mich heute erst mal frisch rasiert, weil keiner außer mir da war. Da konnte ich das dann wunderbar hier machen. Die Duschen sind auch super hier, muss ich sagen. Die hängt runter, aber ich konnte ja auch die nehmen, die schön hoch hängt. Das war die beste von den drei. Heile Moi. Also sehr schön. Ja, jetzt wird zusammen gekocht. Und dann essen wir gleich lecker. Da läuft schon eine Waschmaschine. Wir haben uns mit einer zusammengetan, teilen uns die Kosten. Perfekt. Hier wird jetzt fleißig gekocht. In dieser Küche. Wir haben ja einen Pott dabei. Es gibt nämlich wieder keine und so. Das ist super. Und ja, wir machen uns jetzt hier einen schönen Abend. In diesem Außenheitsraum. Ich habe auch schon meine Roomtour gemacht. Super. Da ist die Reflexion. Also wirklich sehr schön wieder die Herberge. Von außen auch. Ich nehme euch jetzt mal mit. Hier kann man dann immer so die Schuhe hinstellen. Das möchten die auch gerne, dass man die vorab hier auszieht, bevor man reingeht. Ganz oft da kann man die Stöcke reinstellen. Ja, die Sonne scheint. Es ist ein Teich hier noch vorne vor. Aber das Gebäude ist auch super geschnitten. Also wirklich sehr schön hier, muss man sagen. An so einem alten Bauernhof gelegen. Es gibt immer große Scheiben. Das ist das Gebäude. Ich bin jetzt extra nochmal für euch rausgegangen. Ja, super, super schön. Gut, ich habe auch richtig Hunger. 25 Kilometer machen. Auf jeden Fall hungrig. Schauen wir mal, wie der Abend so wird. Guten Abend, ihr Lieben. Der Bernie ist fein am Kochen. Was gibt es denn heute Leckeres? Es gibt Nudeln mit einer richtig guten Soße heute. Nicht nur einfach Tomatensauce, sondern es ist Paprika, Knoblauch, Zwiebeln und Zucchini drin. Also heute mal richtig mit Vitaminen. Ein bisschen Kälsdach auch nicht fehlen. Alles so ein bisschen mit Öl angebraten. Ja, es ist noch Luft nach oben, aber es wird immer besser, würde ich mal sagen. Genau, und da sind nämlich schon die Nudeln. Ja, wir machen uns jetzt einen richtig schönen Abend, lassen ihn ausklingen. Genau, und dann würde ich sagen, schöne Grüße gehen raus. Nach überall. Schön, dass ihr auch bei diesem Video mit dabei wart. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, seid auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Alle wichtigen und nützlichen Informationen über uns findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bitte denkt daran, Support ist kein Mord. Und lasst uns doch ein Abo, einen Daumen hoch oder einen Kommentar da. Hiermit verabschieden wir uns von euch. Schöne Grüße gehen raus nach überall. Bis zum nächsten Mal. Und dann geht's nochmal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.